Einen wunderschönen wünsche ich euch, ja du kannst mir mal an die Bubas kannst du mir mal. Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight Survivor. Heute mit Alan Ripley. Ich habe immer noch die gleiche Aufgabe wie die ganze Zeit. Korrupte Intervention. Das brauche ich jetzt nicht oft machen. Es ist ein Geist und der ist gleich hier. Oh da gibt es Einladung. Wo muss ich hin? Ich brauche die. Da ist ein Djinn. Da ist ein Totem. Mach das Totem hier einfach mal weg. Okay. Mir egal ob es extra Punkte gibt. Geht fort damit. Woah. Natürlich! Aber wieso gehts nicht? Ding, ding, ding! Ich will die haben halt ausschließlich mit Tottenflux. Also fast. Einmal habe ich geschafft! So flink! Sind sie denn da, sind zwei? Und da oben ist einer. Hallo! Holt mich runter! Ich will bis meine Aufgabe noch fertig machen! Hallo? Hallo? Und hole mich bitte hier runter! Dankeschön! Mögen du mir gleich heilen? Dankeschön! Einen Generator haben wir! Danke! 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 Nö, da ist er ja schon wieder. Huh. Ich hätte aufgewogene Landung. Aber egal, ich habe die Aufgabe fertig. Das ist momentan ganz wichtig, damit ich die Outfits zusammengeschaut habe. Es ist nämlich auch gleich, ich werde ja das letzte Buch davon freigeschalten. Das heißt, ich muss ran klotzen. Ran klotzen. Es ist ja trotzdem schön rauszukommen. Ich müsste ja mit da noch ein Tor öffnen. Sable kommt gerannt. Aber auch Mikaela kommt gerannt. Ja, danke. Das ist äußerst nett von dir. So? So? Toll den weg. Fot damit! Das ist ja auch. So? 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 Ich muss mal weg hier. Nein, du holst dich nicht selber dort runter, du Arsch. Oh ja, war klar. Entschuldigung, ich muss mal hier durch. Abgeschmiert. Wo gibt's denn hier noch Gents? Weg damit! Och neee! Hau doch ab! Hallo, bist du dumm? Vielleicht blockierst du mich? Oh! Die Frage ist, wo könnte ich hin? Ich bräuchte eigentlich eine Kiste, wo ich mal was rausholen könnte. Aber ich weiß nicht, ob es hier eine gibt. Nehme schlecht aus, wenn ich. Sind sie da drüben? So. Und wenn du den schen, dann geh ich nochmal da drüben und versuch nochmal den schen. Ach bloß. Da fülle ich dich hoch. So. Oh ja, jetzt hau ich um. Da stand es so hinter mir, ich hatte keine Chance. Eigentlich habe ich schon gesagt, ich hätte die gerne als Survivor und nein, ich mag sie nicht mehr. Die Tante ist ja anstrengend. Aber guck da. Sehr schön. Hammer. Da ist ja noch einer. Ah, er ist gar nicht schlecht mit dem Geist. Das muss ich mal sagen. Guck mal aus, als würde die in das Skillcheck verkacken. Auch immer das ist, er rennt los. Ich habe den noch nie gesehen. Okay. Oh, da kommen sie schon wieder. Da ist er doch. Der Arsch. Oh nein, Michaela. Jetzt versucht es Michaela nochmal. Der ist jetzt ganz schön campy, der Arsch. Ah, retten lassen. Und dann töten. Na ja, gut. Ist auch fertig. Ah. Ah, gut. Ah, gut. Aber wenn ist das denn? Das Kind? Ach nö, da ist er ja schon wieder. das war zu weit weg der war richtig gut der rock ist hässlich so ganz furchtbar na, Sable das Schlimme ist, dass du den nicht siehst da ist er da 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 da